Ich kann jeden Tag spielen. Ja, das ist so gut, wenn man auf dem Rad ist. Aber wie viele Destroyer haben wir? Wahrscheinlich mehr als Carrierer. Ich habe nur einen Carrier. Vielleicht auch in der Zukunft. Er hat anscheinend auch wieder einen 10er Flugzeugträger da vorne geschrieben. Oh jawoll. Same procedure as every year. Wo ist denn unser Schlachtschiff? Hey Alter, du startest hinter den heimlichen Linchen? What? Hallo? Was zum Fick? Ja, Angriff, ne? Wir haben hier auch einen, stets. Ähm, ja. Das ist jetzt unfair. Ich habe ihn angezündet. Okay, er zieht nicht auf mich. Na grad von meiner Seko gefickt. Den machen wir nackig. Ich versuche die Breitzeile von hier wegzudrehen. Flugzeugträger draus. Sehr schön. Geil. Noch mal an, entzündet. Er hat 40, die Drachen ist so. Sonst hat er gezogen. Wer will mich? Luka, kannst du smoke? Ja. Best treat yourself. Nice. We survived. A and B. I'm out. What the heck was that? Is that normal for this map? That's best mode for... What the hell? I need anti-aircraft guns real quick. I already set my plane. One shot, right? Welcome to the headshot. I recorded it. Okay, my player is dead. Oof. Boah, just sneak around and find the spot. Now they haven't any aircraft anymore. Enemy DD about 8k HP. Can you find the DD for your fuel? Okay, there's the Shima. Yeah. Yeah, just dive to another place where the enemy Shima isn't dead. Okay. I will try to... Okay. Oh crap. I'm dead. Okay. What did you make with you? Be shot. Brother. Brother. Okay. Okay. So many heavy ships. You can get... I can get a boost for this. I can get a boost. I can get some boosted? Great. Wenn der Reinfeld wird, wenn der Reinfeld wird, nicht zwischen den beiden fahren, dann wird er sterben. Ja, nicht in Chlorix gehen. Das war das Target, das ist ein Chlorbeck. Oh boi, ich kann ihn nicht töten. Da muss doch mal vorwecken, Mensch. Das kann nicht wahr sein. Dort. Light bruiser gegen Light bruiser, he is gonna be horrible. With accurate support. Man zittert da noch einen Sumino-Tower. Ja, es sind nur noch vier, zwei. Pharrell mit deinem Carrier, abgehen. Machst du im Nahkampf weg, das Ding. Naja, ähm, den, den, ähm, den... Den, den, den hab ich ja getötet. Der, du Schlachtflug passiert drinnen mal. Das ist gut. Sie hat dann abgefackelt, weil ich den zweimal in Band geteckt hab mit meiner Seko. Oh, das war keine gute Idee daraus zu fahren, Meister. Was, äh, der sich jetzt hier noch nicht angedeckt hat. Uh, uh, boom. Oh! Oh! Oh, ho, ho! Okay. Oh, ho! Oh, ho! Ich hab' ne gute Idee für das Lied. Ok, er fällt, 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 fällt. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Yay! 200.000.000 gekriegt. Ja, 630.000 glaub ich. 540. ich bin ganz oben 8333 erfahrung haben wir deine drei kitze nichts wert ich hab ich guck die wittmann kurio ich hab dann ein schlachtschiff ausgenommen ja das ist stabil ich gehe mir erstmal kaffee machen ich hab die jetzt aber ganz schön weggebumst und sie einfach mal an ja äh who's on pose now that's the question who wants to pose ich kann gerne wenn ihr ein schlachtschiff habt mache ich das ist kein Thema ja wer spielt die kremlins kommst du mal um in zwei gefechten zu leben da rein das kann ich nicht ausmachen alter was ist denn mit meinem file fix verkehrt äh so schau dich mal raus ja ich hätte jetzt auch nichts gemacht alles gut und Jake oh warte warte ich bin noch nicht bereit mein äh mein äh Kommandant hat gerade einen derwerb jetzt kann ich die bis 23 Uhr spielen hab ich kein Problem mit ich hab hier jetzt noch mal dran und das Meister der Spiel Vielen Dank.